In diesem Video wollen wir einen Arbeitsplan anlegen. Dazu scrollen wir in der Antragsansicht ganz nach unten auf Arbeitsplan. Als erstes müssen wir den Waldbesitzer auswählen. Das kann, muss aber nicht der Antragsteller sein. Wenn wir den Antragsteller übernehmen wollen, klicken wir auf dieses Symbol. Es ist aber auch möglich, den Waldbesitzer in dieser Liste manuell auszuwählen. Wir können an dieser Stelle auch einen reinen Waldbesitzer erfassen, wenn wir zum Beispiel einen Antrag über eine Forstbetriebsgemeinschaft stellen. Wir wählen ein Flurstück aus. Wir tragen die Kulturfläche ein und klicken auf Weiter. Dann erfassen wir den Bestockungsgrad und den Waldbesitz in Niedersachsen. Dieser Antragsteller hat weniger als 20 Hektar Wald in Niedersachsen. Das System hat auch direkt den Pflanzenzahlenrahmen für die Freifläche ausgewählt. Wir erfassen die Standortsziffer und können hier in diesem Fall noch eine Bemerkung dazu machen. Als nächstes erfassen wir die Vorarbeiten. Dazu wählen wir über dies Plus eine neue Vorarbeit aus. Ich habe die Möglichkeit, eine der drei voreingestellten Auswahlmöglichkeiten zu nehmen oder ich erfasse hier eine eigene. Ich entscheide mich für die Standortkartierung. Ich habe die Möglichkeit, hier eine Erläuterung zu erfassen und trage die Kosten hier ein. Diese Standortkartierung kostet uns 250 Euro. Und über Übernehmen kommt es in meine Übersicht. Jetzt habe ich die Möglichkeit, eine weitere Vorarbeit zu erfassen oder ich klicke auf Weiter. Jetzt kommen wir zu dem Herzstück des Arbeitsplans, Aufbau und Struktur der Kulturfläche. Hier oben finden Sie eine Informations- und Hilfe-Box und hier wähle ich den WET aus der WET-Liste aus. Ich entscheide mich für ein Buch in Douglasien-WET und dann gebe ich hier ein, wie viel ich denn pflanzen möchte. Pflanzfläche mit WET möchte ich gerne einen Hektar pflanzen, weil 0,5 Hektar sind auch noch Rückgewege oder Restbestockungen und ich möchte auch noch einen halben Hektar weiter pflanzen. Das Programm rechnet hier 1,5 Hektar Pflanzfläche zusammen. Das passt. Hier unten habe ich über Bemerkungen noch Möglichkeiten, etwas der Regionalstelle und Bewilligungsstelle mitzuteilen. Speichern und weiter. Jetzt kann ich den Bestand planen. Hier unten habe ich eine Zusammenfassung, was ich benötige und wie viel ich tatsächlich schon umgesetzt habe. In dem Fall noch nichts. Wir haben ja noch nichts erfasst. Klicke auf Pflanzplanung und wähle meine, als erstes die Hauptbaumart aus. Das ist für den 26er WET nur eine, und zwar die Rotbuche. Das Programm schlägt mir vor, 60 bis 80 Prozent zu planen, weil mehr ist laut WET-Katalog auch nicht möglich. Ich entscheide mich für 60 Prozent Rotbuche. Anteilsfläche rechnet da direkt aus. Ich wähle das Sortiment aus, in jedem Fall Standard, und die Stückzahl, weil ich vorher ja schon Freifläche ausgewählt habe, sagt er mir, ich darf 7.000 bis 10.000 Stück planen. Ich wähle 10.000 aus. Ich kann hier schon die Herkunft auswählen, muss es aber nicht. Wichtig ist, dass man diesen Schritt immer von links nach rechts macht, weil sonst die Stückzahl erst im Anschluss berechnet wird. Das selbe tue ich für die Mischbaumart. Auch hier schlägt er mir wieder etwas vor. Ich sage, ich möchte 30 Prozent Douglasie. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich das Sortiment nicht vorher auswähle. Dann wird mir hier nämlich Werte zwischen 0 bis 1.000 Stück. Und das ist ja falsch, weil wir richtig 2.500 bis 3.500 Stück. Wenn ich jetzt hier unten in meiner Kontrolle gucke, habe ich 0,9 Hektar gepflanzt. Ich habe 60 Prozent Laubholzerteil, das ist meine Rotbuche. Und es ist auch Standort heimisch. Jetzt möchte ich noch über Naturfingungen meine Begleitbaumart beifügen. Ich entscheide mich in dem Fall für einen Bergerhahn. Und 10 Prozent sind noch übrig von meiner Berechnung. Die übernehme ich. Jetzt haben wir hier unten 70 Prozent. Ich plane den Waldrand. Den hatte ich ja vorher ausgewählt. Ansonsten wäre das in dem Fall grau hinterlegt. Und ich könnte es überspringen. Ich möchte gerne das Pfaffenhütchen auf 50 Prozent der Fläche pflanzen. Stückzahl je Hektar. Da haben wir keinen Pflanzenzahlenrahmen für. Also ist es egal. Oder es ist nicht egal. Es wird nicht vorgeschlagen. Und noch eine weitere Gehölzart. Die Schleher. Ah nein. Geben Sie bitte die Kosten pro Pflanze ein. Immer wenn hier oben etwas rot erscheint, als Fehlermeldung, dann hat man etwas vergessen, auf dieser Seite anzugeben. Und in dem Fall weist er mich direkt darauf hin. Ich habe die Pflanzen, die Pflanzkosten vergessen. Und die habe ich jetzt eingefügt. Jetzt kommen wir zur Pflanzung. Hier oben sagt er mir, Sie haben 7.250 Pflanzen geplant. Das sind die Gesamtpflanzen. Pflanzung. Ich kann es hier differenzieren über die Erläuterung oder ich schreibe es in der Tätigkeit. Das ist alles möglich. Ich sage, ich habe 6.750 Pflanzen gepflanzt. Und das kostet nicht 60 Cent. Übernehmen. Hier über das Plus, weil ich noch nicht alle meine Pflanzen gepflanzt, äh verplant habe. Den Waldrand habe ich in Eigenleistung geplant. Flächenvorbereitung. Das Gleiche. Hier habe ich die Möglichkeit, einen Kommentar zu erfassen. Wenn ich möchte, kann ich noch eine Bodenbearbeitung erfassen und Schutz der Kulturen erfassen. Meine Douglasie noch mit einem Tonkingstab schützen. Kann dazu einen Kommentar erfassen. Kann dazu einen Kommentar erfassen. Und habe hier meine Kostenübersicht. Hier unten sehe ich die Zuwendung nach allen Abzügen, also wie viel dieser Arbeitsplan an Zuwendung zu rechnen ist. Hier muss ich noch bestätigen, dass es sich um Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung von Extremwetterereignissen handelt. Da setze ich ein Häkchen. Ich habe hier noch die Möglichkeit, eine Bemerkung zu erfassen. Und als wichtiger Hinweis, also wenn noch irgendwelche Probleme irgendwo sind, dann kommen hier bei den Informationen, es sind da und da noch Probleme und Fehler. Und dann muss man sich halt hier an die Stelle wieder übergeben, das ausbessern und kommt dann wieder hier auf die Verwaltungsvermerke. Es ist ganz wichtig, dass man nicht, wenn man hier ist, wieder zurückspringt und dann doch nochmal was ändert, weil dann ist nämlich alles weg. Also wenn man jetzt zum Beispiel nochmal den WT ändert oder die Pflanzplanung, die Flächenanteile, da muss man drauf achten. Dass das dann weg ist, damit man nicht das Programm umgehen kann. Aber wenn man immer stringent dem Plan folgt, dann kommt man an diese Stelle, kann unterzeichnen. Und was es dann noch zu beachten gibt, erfahren wir im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter Agrarförderung Niedersachsen, forstwirtschaftliche Maßnahmen. Bei Fragen rund um die Anwendung stehen Ihnen Thorsten Twiesmeyer und ich, Chiara Hahn, gerne zur Verfügung. Verantwortlich für den Inhalt des Videos LWK Niedersachsen, Sachgebiet 214 forstliche Förderung. Vielen Dank.